Willkommen im Familienbetrieb Reinhard Müller! Seit 1983 betreiben wir unsere Forellen- und Lachsforellenzucht mit frischem, klarem Wasser der Lippe, die in unmittelbarer Nähe entspringt. In unseren Becken leben Fische in verschiedenen Wachstumsstadien, denn es dauert knapp zwei Jahre, bis aus einem Setzfisch ein zum Verzehr geeigneter Fisch herangewachsen ist. Wir liefern auch Lebendfische als Besatzfisch für Angelvereine. In unserem eigenen Räucherofen werden die Forellen fachgerecht geräuchert und bei unseren Fischerfesten direkt serviert. Eine ganz besondere Attraktion für Ihre privaten oder geschäftlichen Feiern ist unser voll ausgestatteter Partywagen mit dem aus den Vereinigten Staaten importierten Original Oklahoma Barbecue Smoker. Unser umfangreiches Sortiment an Räucherfisch können Sie im Fischshop oder auf Wochenmärkten im Großraum Paderborn erwerben. Nutzen Sie auch unseren Partyservice! Die gute Quelle für frische Forelle, Ihre Familie Müller. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020